Heute bin ich das Geburtstagskind. Geburtstage feiern in der Kita gemäß des Konzepts Zuckerfreier Vormittag im Rahmen der Fünf Sterne für gesunde Zähne und unter Beachtung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes BEB. Darin möchte ich Sie jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen einführen und neugierig machen, wie sich das umsetzen lässt. Was ist unser Ziel? Unser Ziel haben wir uns hochgesteckt. Unser Ziel ist die Umsetzung des Zuckerfreien Vormittags im Rahmen des Konzepts Fünf Sterne für gesunde Zähne an fünf Tagen in der Woche und an 52 Wochen im Jahr. Und, ganz wichtig, unser Ziel ist die Reflexion überholter Verhaltensmuster und Prägungen im Umgang mit dem Essen und Trinken. Nochmal zur Wiederholung, dass Sie sehen, was dahinter steckt, hinter dem Konzept. Speichel, ein ganz wichtiger Saft, Speichel ist mehr als Spucke, er remineralisiert die Zähne. Und dafür braucht er Fluoride und vor allen Dingen braucht er dafür Zeit. Wir brauchen 16 Stunden Remineralisation, damit wir acht Stunden Demineralisation ausgleichen. Dieser kleine Hintergrund ist wichtig, damit Sie auch verstehen, warum auch das Geburtstagfeiern im Rahmen des Zuckerfreien Vormittags so wichtig ist. Unsere Fünf Sterne für gesunde Zähne. Eltern putzen nach dem Abendessen die Kinderzähne sauber und sorgen dafür, dass danach nichts mehr gegessen oder auch getrunken wird, außer Wasser oder Mineralwasser. Und das machen die Eltern so lange, bis die Kinder flüssig schreiben können. Der zweite Stern Zähne putzen zu Hause direkt nach dem ersten Frühstück, um Speisereste zu entfernen und erste Zuckerimpulse auch runterzuspülen. Dann brauchen wir den zuckerfreien Vormittag, das heißt Wasser trinken den ganzen Tag und ein kauaktives zweites Frühstück ohne freie Zucker in der Kita zusammen mit dem Zähneputzen üben anhand der Kalbbrüstsystematik. Dann ist der vierte Stern Süßes am Nachmittag bewusst und maßvoll. Ganz besonders wichtig, wenn wir über Geburtstage sprechen. Naschen mit Genuss ohne schlechtes Gewissen. Eine Kinderhand ist hier das Maß. Und kompletiert werden die fünf Sterne durch die zahnärztliche Vorsorge, das heißt zweimal jährlich zum Zahnarzt. Vorteile im Rahmen des BEP, wenn wir auf den zuckerfreien Vormittag gucken, das heißt auf der hessische Bildungs- und Erziehungsplan findet hier seine Berücksichtigung. Das heißt, wir leisten einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit für alle Kinder. Die Kinder dürfen in dem von den Erwachsenen vorgegebenen Rahmen mitentscheiden. Wir schaffen ein abwechslungsreiches Angebot, das heißt die Kinder haben die Chance, neue Lebensmittel kennenzulernen. Wir unterstützen damit die Geschmacksprägung hin zu frischen, kauaktiven Lebensmitteln. Und ganz wichtig, es findet keine Verstärkung etablierter Prägungen statt. Immer noch diese Gegensätze, Zucker, Süßigkeiten, werden als Belohnung geschenkt, als lecker empfunden. Lebensmittel ohne freie Zucker, gesundheitsförderliche Lebensmittel eher als nicht so lecker oder gar als Strafe. Diese Prägung dürfen wir nicht weiter verstärken. Aber der zuckerfreie Vormittag und auch das Geburtstagfeiern im Rahmen des zuckerfreien Vormittags hat viele Vorteile für das Kind. Es stärkt die Mundgesundheit und leistet einen großen Beitrag zur oralen Immunkompetenz. Der zuckerfreie Vormittag, auch an Geburtstagen, trägt zur Gesunderhaltung bei. Die Empfehlungen der Fachgesellschaften zum Zuckerkonsum können eingehalten werden und der Geburtstagskuchen am Nachmittag bleibt mit Genuss erhalten. Auch die Eltern profitieren. Der Leistungsdruck, der vielfach mit den Geburtstagsfeiern verbunden war, entfällt. Es gibt keinen Konkurrenzdruck mehr unter den Eltern. Die Eltern werden zunehmend auch mit dem Konzept des zuckerfreien Vormittags vertraut. Und Eltern können eigene Wünsche und auch Lebensmittelvorlieben der Kinder weiterhin berücksichtigen. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Folgen erhöhten Zuckerkonsums. Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht von einem Stoffwechsel-Experten der Kinderklinik in München. Die nachweislichen Folgen eines hohen Zuckerverzehrs sind Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Karies. Dicke Kinder laufen Gefahr, später an Zivilisationskrankheiten wie hohem Blutdruck, Herz- und Kreislauflein und Gicht zu erkranken. Wir wissen sogar heute, dass diese Gefahren nicht nur dicken Kindern lauern, sondern auch fehlernern. Und schauen wir auch noch mal auf die Empfehlungen zum Zuckerkonsum. Da gibt es eine Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, die Tagesmenge bei Kindern sollte maximal sechs Teelöffel betragen. Das entspricht ungefähr einem Gewicht von 20 bis 25 Gramm Zucker. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht die maximale Zufuhr an der Gesamtenergiezufuhr fest und sagt, etwa zehn Prozent der Gesamtenergiezufuhr dürfen aus Zucker bestehen, aber maximal und nicht mehr. Wenn man in die Statistiken reinschaut, dann liegen wir im Moment ungefähr beim Doppelten, was Kinder an Zucker zuführen. Damit man das ein bisschen einschätzen kann, gucken wir der Einfachheit halber auf Würfelzucker drauf. Das heißt, es gibt eine Empfehlung einer Zufuhr von maximal 25 Gramm freien Zuckern. Und das entspricht in etwa einer Menge von acht Stückchen Würfelzucker. Wenn ich mir jetzt mal einen durchschnittlichen Muffin angucke, einen Schokomuffin oder einen Heidelbeermuffin, der bringt es etwa auf, je nachdem wie die Rezeptur aussieht, auf 30 bis 40 Gramm zugesetzte Zucker. Das heißt, wir haben hier schon zehn bis 14 Stückchen Würfelzucker und liegen damit deutlich über den Empfehlungen des Tagesverzehrs. Das bedeutet im Prinzip für das Kind, ein Muffin am Vormittag heißt, der Geburtstagskuchen am Nachmittag wäre gefährdet. Wollen wir das? Der Geburtstagsvormittag in der Kita, natürlich ohne freie Zucker. Schauen wir mal ein bisschen drauf, wie sich das umsetzen lässt. Ganz zentral als Leitgedanke, das Kind steht im Mittelpunkt, nicht das Essen. Ideen und Alternativen zum traditionellen Geburtstagskuchen erhöhen die Vielfalt. Die Anspruchshaltung der Eltern wird ein wenig zurückgenommen. Das heißt, ganz, ganz wichtig hier immer wieder, denken Sie daran, es geht um das Kind. Nicht um Originalität, Kosten oder Aufwand. Es geht um weniger freie Zucker zum Wohle aller Kinder. Für den Zuckerfreien Vormittag gibt es viele leckere, kauaktive Lebensmittel, auch zum Aus-der-Hand-Essen. Knabber Gemüse mit Dip, Obststücke wie zum Beispiel ein Zauberapfel, kleine Brotgemüse-Obstspieße, lustige Brotgesichter, ein besonderer Obstkorb, die Ideen sind vielfältig. Kuchen, Süßigkeiten, Muffins sind ja fast schon alltäglich geworden. Doch gerade bei den leckeren, kauaktiven Lebensmitteln finden wir ganz, ganz viele Alternativen, die Spaß machen. Schauen wir mal drauf, wie man den Zuckerfreien Vormittag unter Beachtung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes umsetzen kann. Was wollen wir erreichen? Das Kind soll sich ganz besonders an diesem Tag wahrgenommen, respektiert und vor allem auch angenommen fühlen. Der Geburtstag soll ein Ehrentag sein. Das Geburtstagskind soll, wie auch die anderen Kinder der Gruppe, ko-konstruktiv unterstützt werden. Denn Kinder sind Macher, Kinder sind Akteure. Sie wollen nicht gemacht bekommen, sie wollen machen. Kinder wollen erleben, was sie schon können. Aber Kinder wollen sich auch daran messen, was sie sich als nächstes aneignen. Das selbst von Kindern mitgestaltete Essen ist ein ganz wertvoller Beitrag, viel wertvoller als das perfekteste Erwachsenenbuffet. Hier können wir Partizipation, hier können wir Ko-Konstruktion mit den Kindern für die Kinder leben. Wird das Kind auf diese Weise gefeiert, so erfüllt die Geburtstagsfeier für das Kind und die Gruppe ganz viele Anforderungen des BEP, deutlich mehr als der mitgebrachte Geburtstagskuchen. Der zuckerfreie Vormittag fördert soziale Kompetenzen, Empathie, Kooperations- und auch Teamfähigkeit. Er fördert personale Kompetenzen, wie das Selbstwertgefühl der Kinder. Emotionale Kompetenzen werden gefördert, die sozialen Beziehungen unter den Kindern werden gestärkt. Auch körperbezogene Kompetenzen, wie die Eigenverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden stehen im Blick. Wir haben die Stärkung der Persönlichkeit im Blick, ein positives Selbstbild und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Tischkultur. Und nicht zuletzt wird auch die Neugier und die Freude an anderen Sprachen entwickelt. All das können wir im Rahmen der Geburtstagsfeier, im Rahmen des zuckerfreien Vormittages umsetzen. Wie lässt sich das realisieren? Alle Kinder sowie die Erwachsenen bereiten gemeinsam diesen Ehrentag vor. Die Erzieherinnen und Eltern bilden dabei ein Gerüst zur Entfaltung der Kinder. Die altersgemessene Beteiligung der Kinder, die Partizipation fördert und stärkt damit neben anderen Kompetenzen auch ihre soziale Kompetenz. Die besondere Gelegenheit, und das ist uns ganz wichtig, wird vom Essen, besonders aber von Zuckerkonsum, von dem Konsum von Kuchen, Süßigkeiten entkoppelt. Und denken Sie immer daran, Kinder ticken anders als Erwachsene. Durch ein Kind wird aus dem Alltagsessen eine richtige Seeräuberparty. Aus einer Gurke kann ein Gurkenschlang Seeungeheuer werden. Aus einer Paprika lassen sich Paprikaschiffe und Rennboote basteln. Aus einem Apfel wird auf einmal eine Wasserschildkröte. Und aus Ritualen ein sicherer Hafen für körperliche und psychische Gesundheit. In der Kooperation mit dem Kita-Team und der Vermittlung des zuckerfreien Vormittags zusammen mit der zertifizierten Ernährungsberaterin des örtlichen Arbeitskreises Jugendzahnpflege lässt sich das wunderbar umsetzen. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit der Übergabe der Broschüresnacks und die Ideen für Kinderfeste durch den Patenschaftszahnarzt. Es gibt die Geburtstagsbroschüre mit Ideen für Kleinigkeiten auf die Hand, über die wir eben gerade schon mal gesprochen haben, entsprechend dem zuckerfreien Vormittag. Dort finden Sie auch Ideen zur Präsentation von Geburtstagssnacks des Monats beispielsweise. Es gibt die Möglichkeit auf Kita-Festen oder auch Elternabend statt einer Tischdeko einfach Kleinigkeiten zum Aus-der-Hand-Essen anzubieten. Es gibt die Möglichkeit bei Präsentationen auch mal praktische Hilfe zu leisten, wie so ein Geburtstagssnack aussehen kann. Zum Beispiel, dass so eine zertifizierte Ernährungsfachkraft auch mal als Gast bei einem Elternabend oder in der Abholzeit im Eingangsbereich anwesend ist und den Eltern dabei Hilfestellung leistet. Im Kita-Newsletter oder auch auf der Kita-Homepage lassen sich Ideen kommunizieren. Wir bieten auch Unterstützung bei der Verfassung eines Elternbriefes beispielsweise zum Thema Geburtstag oder bei der Formulierung der Kita-Konzeption. All das sind Beiträge, die es der Kita erleichtern, auch bei Geburtstagen den zuckerfreien Vormittag umzusetzen. Ganz wichtig ist es immer wieder auch die Vorteile für die Eltern herauszustellen, die damit verbunden sind. Sie haben keinen Stress mehr oder keinen Zeitdruck mehr rund um das Essen. Wer kennt das nicht, wie schwierig das für die Eltern ist, gerade an Geburtstagen auch noch dafür zu sorgen, dass auch noch was zu essen oder ein Kuchen bereitsteht. Die Eltern brauchen kein schlechtes Gefühl mehr haben, nicht perfekt zu sein oder nicht so ideale Dinge zu basteln oder mitzubringen wie vielleicht andere Eltern. Das heißt, wir haben hier auch den Konkurrenzdruck herausgenommen. Es gibt nicht mehr den Anspruch, etwas Besonderes mitgeben zu müssen, denn das Kind ist das Besondere und nicht das, was es zum Kindergeburtstag mitbekommt. Kleinigkeiten wie eine Platte mit Knabbergemüse, Obstspieße reichen völlig aus. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir auch strenge Hygienerichtlinien sehr viel besser gewährleisten können. Und nicht zu vergessen, wir leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit durch die Vermeidung von ganz, ganz viel Verpackungsmüll. Und was ein ganz wesentlicher Fokus ist, wie schaffen wir es, Nachhaltigkeit zu schaffen für das Kind? Wie gelingt es, dass das Kind einen nachhaltigen Effekt hat aus diesem ganz besonderen Geburtstag? So kann man beispielsweise ein Foto von einem Geburtstagskind mit der Gruppe machen und an der Pinnwand aufhängen. Man kann wichtige Eckpunkte der Feier fotografisch festhalten. Man kann den Geburtstag als ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis in Erinnerung behalten und die Nachfreude damit erhöhen, sehr viel mehr, als es mit jedem Muffin möglich ist. Schöne Erlebnisse bleiben in Erinnerung, lösen dauerhaft positive Gefühle aus und wirken bis in die Zukunft. Das heißt, der zuckerfreie Vormittag mit dem frischen, kauaktiven zweiten Frühstück und Wassertrinken den ganzen Tag ist auch und besonders am Geburtstag umzusetzen und deswegen unwahrscheinlich wichtig und vor allen Dingen auch nachhaltig. Wenn jedes Geburtstagskind in der Gruppe in dieser Weise gefeiert wird, ist auch der am Geburtstag gelebte zuckerfreie Vormittag nachhaltig in Erinnerung und ein wesentlicher Beitrag zu unserer Verhältnisprävention. Durch einen schönen gedeckten Tisch, ein leckeres Geburtstagsfrühstück ohne freie Zucker, durch ein gesungenes Lied und ein kleines Geschenk hatte das Kind einen wunderschönen Geburtstag in Kita und Krippe. Die Freude an gesundheitsförderlichen Lebensmitteln und das ausschließliche Trinken von Wasser ist positiv verstärkt und bleibt in Erinnerung. Und damit Sie auch mal sehen können, wie sich das umsetzen lässt, habe ich auch mal zwei Beispiele mitgebracht aus der Praxis. Das eine Tischlein deckt dich, die besondere Gestaltung des Frühstückstischs innerhalb der Gruppe. Die Kinder leistet einen wertvollen Beitrag zur Kompetenzentwicklung. Das heißt, wir sehen den schön gedeckten Tisch als Kommunikationszentrum der Kinder. Wir können damit einen Beitrag leisten zur Vermittlung von Umgangsformen, von Tischkulturen. Kinder lernen, eine Mahlzeit als Gesamterreignis zu erleben und nicht nur einfach die Aufnahme von Essen und Trinken. Und wir leisten einen Beitrag, dass Kinder auch unterschiedliche Kulturen kennenlernen können, weil jede Kultur vielleicht den Tisch ein bisschen anders deckt und andere Schwerpunkte setzt. So kann beispielsweise das Geburtstagskind entscheiden über ein Thema, über ein Motto, wie Jahreszeiten, Zoo, Tiere, Blumen, Fahrzeuge. Die Ideen sind vielfältig. Jedes Kind in der Gruppe kann ein Bild malen, das zu dem Motto passt. Diese Bilder können als Unterlage für den Frühstücksteller dienen. Eine ganz einfache Idee, die aber einen wesentlichen Beitrag leistet und das Kind als etwas Besonderes herausstellt. Eine weitere schöne Idee, die an vielen Kitas auch schon praktiziert wird, ist die Fahrt mit dem Bollerwagen. Die Kindergartengruppe zieht in Begleitung der Erzieherinnen das Geburtstagskind in einem Bollerwagen, entweder rund um die Kita oder durch den Ort. Dabei kann das Kind auch ein Krönchen aufbekommen. Es kann sich ein Geburtstagslied aussuchen, was hinterher oder begleitend dazu gesungen wird. Das heißt, die Kinder übernehmen in dieser Form die Verantwortung. Es werden Aufgaben, es werden Rollen verteilt, es wird Wertschätzung vermittelt und natürlich ein kleines bisschen Lernen, die Kinder auch sich im öffentlichen Raum, im Verkehr zu bewegen. Wie geht man dabei vor? Der Bollerwagen wird von der Gruppe schön geschmückt. Das Geburtstagskind kann auch eine gebastelte Krone erhalten, damit auch jeder Außenstehende sofort sieht, worum es hier geht. Die Kinder singen ein Lieblingslied des Geburtstagskindes und wenn die Kinder wieder zurückkommen, gibt es ein ganz normales zweites Frühstück gemäß den Empfehlungen des zuckerfreien Vormittages. So lässt sich auch eine Geburtstagsfeier im Rahmen des Konzepts Fünf Sterne für gesunde Zähne mit dem zuckerfreien Vormittag nachhaltig und als ganz besonderes Erlebnis für das Kind feiern. Sie brauchen Unterstützung. Weitere Best Practice Beispiele finden Sie beispielsweise auf unserer Homepage unter www.lagh.de. Weitere Hilfestellungen auch für die Lebensmittelauswahl können die Broschüren Mein Frühstück im Kindergarten sowie auch die Broschüresnacks und Ideen für Kinderfeste, aber auch unsere CD Irmar Marx Bund benutzt werden. Fragen Sie einfach in der Geschäftsstelle Ihres örtlichen Arbeitskreises Jugendzahnpflege danach. Dort wird Ihnen auf jeden Fall immer gerne geholfen. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen richtig viel Freude bei der Umsetzung und wir unterstützen Sie und motivieren Sie auch die Geburtstage entsprechend des zuckerfreien Vormittags zu feiern. Im Sinne des Bepp und der Nachhaltigkeit haben Sie damit einen ganz tollen Beitrag geleistet. Auf Wiedersehen.